Hallo, ich bin hier in der Autobahn, habe heute das hier gekauft, bin ja heute noch ein bisschen einkaufen im Ausland und da habe ich gedacht, ich drehe nochmal schnell ein Video, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, für einen kleinen Kurztest. Zwei Stück wollte ich trinken. Fangen wir mal mit dem ersten an. Oh ja, oh ja, oh ja, er ist wirklich schön laut. Gucken wir mal hier rein, hier ist Gips, ist komplett zellig, wunderbar. Der Geruch ist auch geil. Wo ist jetzt der zweite? Bin ich gerade nicht, ich muss gerade mal einen zweiten suchen. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten zünden. Da ist er. So, zünden wir noch einen zweiten hinterher. So. Oh ja, sehr laut. Auf jeden Fall ein bisschen lauter als die, also angenehm laut. Aber kann auf jeden Fall mit den A-Böllern mithalten, mit den anderen. Ja, muss man vielleicht mal unter anderen Umgebungen nochmal testen, aber ist auf jeden Fall empfehlenswert.